Mein Name ist Wolfgang Schaurecker, ich bin Geschäftsfeldleiter der Firma Voglauer. Wir befinden uns hier im Bildungs- und Kulturzentrum Kloster See und am Chiemsee. Es ist ein wunderschönes altes Gebäude, ein ehemaliges Benediktinerkloster aus dem 10. Jahrhundert. Wir veranstalten heute unser Voglauer Hotelforum und laden unsere Kunden, beziehungsweise künftigen Kunden, ein in das Haus, um es entsprechend zu besichtigen und wirken zu lassen. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten unbedingt einladen in dieses Gebäude, weil es kein alltägliches, klassisches Hotel ist, sondern ein Kulturenbildungszentrum in einem Schloss mit über tausendjähriger Geschichte aus dem 10. Jahrhundert, ein ehemaliges Benediktiner-Schloss. Und von daher natürlich ist es interessant, um die Räumlichkeiten zu sehen, zu sagen, was haben wir dort getan und was gibt es da generell geschichtlich auch zu erfahren. 2016 hat mir auf einer Messe ein Vertreter der Firma Voglauer kennengelernt. Die Firma Voglauer hat einen sehr kompetenten Eindruck hinterlassen, sodass wir beschlossen haben, in Kontakt zu bleiben und das war im Prinzip der Beginn eines langen Prozesses mit Ausschreibeverfahren, wo aber im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir zusammen dieses Projekt gemeinsam umgesetzt haben. Wir haben im Kloster Seon 85 Zimmer und Bäder generalsaniert als Innenausbau-Generalunternehmer. Das umfasst alle Arbeiten vom Abbruch über den gesamten Neubau, die Neueinrichtung der Zimmer, Boden, Wand, Decke, Malerarbeit und gesamte Einrichtung. Und das Besondere an dem Gebäude ist die alte Bausubstanz und aus diesem Grund haben wir natürlich sofort die Chance genutzt, es für unser Voglauer Hotel Forum zu nutzen und unsere Gäste hier einzuladen. Das Ergebnis ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Es wurde in der Qualität umgebaut, wie wir das erwartet haben. Es wurde das geleistet, was uns Voglauer versprochen hat, vielleicht sogar noch darüber hinaus. Also die Erwartungen an das Ergebnis wurden nicht nur erfüllt, wurden vielleicht sogar übertroffen. Die Resonanz unserer Hotelgäste ist überwältigend. Wir bekommen sehr viel Rückmeldung, dass die Qualität gelobt wird, die wirklich hervorragende Arbeit, die geleistet worden ist, aber auch die gesamte Architektur, die reduzierte Wertigkeit und der Gast fühlt sich einfach wohl hier. Und das war das Ziel dieses gesamten Vorhabens. Das war das Ziel dove es trifft. Das war das Ziel dieses Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020